Das Mitmachen hat sich gelohnt. Dank eines Gewinnspiels der Filz-Tabelle dürfen knapp 30 Modelleisenbahn-Fans bei einer exklusiven Werksführung hinter die Kulissen des Göppinger Traditionsunternehmen Märklin schauen. Von der Konzeption und Montage bis hin zur Qualitätsprüfung erleben die Gewinner Schritt für Schritt, wie die Modelleisenbahn ihren Weg aufs heimische Gleis findet. Durch moderne Maschinen und dennoch viel Handarbeit werden die kleinen Miniaturwunder zum Leben erweckt. Den Gewinnern ist die Freude über diesen exklusiven Einblick deutlich anzumerken. Faszination Märklin als Göppinger ist ja klar, dass man das jedes Jahr verfolgt. Göppingen hat ja mit Märklin einige Auf und Abs erlebt. Und ich freue mich jetzt wirklich hier zu sehen, dass man in historisch alten Hallen eigentlich wunderbare Produktionen sieht. Schön, dass es in der Welt so etwas noch gibt und dass es sich, ich hoffe, in Deutschland weiterhin so hält. Ich habe einen Sohn, der hat vor 15 Jahren ungefähr, also so 50 Jahre alt, ein Interesse gehabt an der Eisenbahn. Und von daher haben wir hin und wieder Kontakt gehabt, waren auch schon mal hier vor vielen Jahren. Und der Sohn hat eine H0 und von daher ist das hier in der Region natürlich, Merklin schon ein Name und eine tolle Sache. Ich habe bei dem Gewinnspiel mitgemacht, weil ich Züge unnormal liebe. Ich bin Trainspotterin, mache das halt hobbymäßig. Ich finde es einfach spektakulär, egal ob klein oder groß. Das fasziniert mich. Tradition, die bewegt. Die Märklin-Familie ist stolz, ihr besonderes Handwerk den Besuchern zu präsentieren, welches schon seit vielen Jahrzehnten die Herzen von Modelleisenbahn-Fans auf der ganzen Welt höher schlagen lässt. Die Märklin-Familie ist stolz, ihr besonderes Handwerk den Besuchern.